Das Freiberg Collect befindet sich im Gebäude des Berufsschulzentrums an der Bahnhofstraße. Wir nutzen hier mehrere Etagen für unsere Unterrichtsräume. Im Keller befinden sich die Fachkabinette für Physik und Chemie und in der zweiten und in der dritten Etage befinden sich alle anderen Unterrichtsräume. Im und am Gebäude fanden in den letzten Jahren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen statt. Dazu gehörte auch, dass wir moderne Infosysteme in unseren Räumen angebracht haben. Die meisten unserer Klassenzimmer sind mit digitalen Tafeln oder digitalen Whiteboards ausgestattet. Dazu kommt noch, dass viele Räume über Dokumentenkameras und andere technische Geräte verfügen. In der dritten Etage haben wir auch ein modernes Sprachkabinett, das auch als Informationsraum und Informatikraum genutzt werden kann. In den Freistunden gibt es Möglichkeiten für unsere Schüler sich im Gebäude aufzuhalten. Wir haben sogar einen abgeschlossenen Raum für die Leute, die vielleicht etwas mehr Ruhe beim Lernen brauchen. Bei schönem Wetter bietet sich ohnehin der Schulhof an, um dort seine Freistunden zu verbringen. Wir bieten auch die Vermietung von Schließfächern an. Damit muss man nicht jeden Tag seine ganzen Schulsagen immer mit sich herumtragen. Das waren jetzt ein paar Impressionen vom Freiberg-Kolleg. Vielleicht haben wir euer Interesse geweckt. Und für alle, die direkt ihre Bewerbung zu uns schicken möchten, blenden wir hier nochmal die Adresse unserer Schule ein.